Willkommen auf meinem Kanal. Heute präsentiere ich eine Übersicht der Top 7 Intel B760 Mainboards. Bevor wir fortfahren, abonniert bitte meinen Kanal, um stets über Hardware, Reviews und PC-Builds informiert zu bleiben. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne einen Like da und teilt mir in den Kommentaren mit, welches Mainboard euch am besten gefällt. Aktiviert die Glocke, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Jetzt aber genug davon. Tauchen wir in die Welt der Intel B760 Mainboards ein. Das Asus ROG Strix B760i Gaming WiFi ist ein beeindruckendes Mini-ITX Mainboard für Intel-Prozessoren der 10. und 11. Generation. Mit LGA1700 Sockel und Intel B760 Chipsets bietet es leistungsstarke Kompaktheit. Ein Vorteil dieses Mainboards ist seine hochwertige Verarbeitung und das markante ROG Strix Design von Asus. Die RGB-Beleuchtung erlaubt individuelle Anpassungen für den PC-Stil. Dazu bietet es umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive USB-C, HDMI und DisplayPort für vielseitige Konnektivität. Die Dual M.2 Steckplätze bieten schnellen Speicher, während WiFi 6e und Bluetooth 5.2 zuverlässige drahtlose Verbindungen gewährleisten. Die AI Noise Cancelling Technologie reduziert Hintergrundgeräusche in Sprachkommunikation, ideal für Gamer und Streamer. Die Mini-ITX-Größe beschränkt die Erweiterbarkeit und der Preis könnte für Budget-Builds hoch sein. Das Gigabyte B760 Gaming X AX ist eine bemerkenswerte Option für Nutzer, die auf der Suche nach einer leistungsstarken Plattform für Intel-Prozessoren der 10. und 11. Generation sind. Mit dem Intel LGA1700 Sockel und dem Intel B760 Chipsets bietet es eine solide Grundlage für moderne PC-Builds. Ein klares Plus dieses Mainboards ist seine erweiterte Unterstützung für DDR5-Rahmen, was eine beeindruckende Leistungssteigerung im Vergleich zur älteren DDR4-Generation bietet. Dies ist ideal für Nutzer, die rechenintensive Aufgaben ausführen oder High-End Gaming genießen möchten. Die ATX-Form dieses Mainboards bietet ausreichend Platz für Erweiterungskarten und zusätzliche Komponenten, was die Konfiguration und den Ausbau des Systems erleichtern. Die integrierte WiFi 6e-Unterstützung und Bluetooth 5.2 gewährleisten eine zuverlässige drahtlose Konnektivität und die RGB-Beleuchtungsoption ermöglichen eine individuelle Anpassung des Designs. Darüber hinaus bietet das Mainboard eine Vielzahl von USB-Anschlüssen und SATA-Ports für eine flexible Geräteverbindung und Speicheroptionen. Ein potenzieller Nachteil dieses Mainboards könnte sein, dass es für einige Budget-Builds möglicherweise etwas teuer ist. Außerdem könnten einige Nutzer die begrenzte Verfügbarkeit von DDR5-Rahmen zu einem möglichen Problem machen, da dieser noch nicht so weit verbreitet ist wie DDR4. Das MSI MAG B760 Tomahawk WiFi ist eine beeindruckende ATX-Option, die entwickelt wurde, um den Anforderungen moderner PC-Nutzer gerecht zu werden. Mit dem LGA 1700 Sockel und dem Intel B760 Chipsatz bietet es eine stabile Grundlage für leistungsstarke Systeme. Ein großer Pluspunkt dieses Motherboards ist seine robuste Bauweise und die hochwertigen Komponenten, die eine zuverlässige Leistung gewährleisten. Es bietet eine breite Palette von Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten, darunter M.2-Steckplätze für schnelle SSDs und eine gute Auswahl an USB-Ports. Die integrierte WiFi 6-Unterstützung und Bluetooth 5.2 ermöglichen eine kabellose Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Das Motherboard verfügt auch über eine RGB-Beleuchtung, die es ermöglicht, das Design nach den eigenen Vorlieben anzupassen. Ein potenzieller Nachteil dieses Motherboards könnte sein, dass es für einige Budget-Builds möglicherweise etwas teurer ist. Einige Nutzer könnten sich außerdem eine noch größere Auswahl an USB-Type-C-Anschlüssen wünschen. Das ASRock B760 Pro AS-D4 ist eine solide Option für Nutzer, die nach einem zuverlässigen und kostengünstigen Mainboard für ihre Intel-Prozessoren der 10. und 11. Generation suchen. Mit dem Intel LGA 1700 Sockel und dem Intel B760 Chipsatz bietet es eine solide Grundlage für verschiedene PC-Anwendungen. Ein klarer Vorteil dieses Mainboards ist seine Unterstützung für DDR4-Rahmen, was es kostengünstiger macht, da DDR4-Rahmen allgemein weit verbreitet und preisgünstiger ist als DDR5-Rahmen. Das ATX-Format bietet ausreichend Platz für Erweiterungskarten und zusätzliche Komponenten, was die Konfiguration und Anpassung des Systems erleichtert. Darüber hinaus bietet das ASRock B760 Pro AS-D4 Mainboard eine solide Auswahl an Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten, darunter M.2-Steckplätze für schnelle Speicher und eine Vielzahl von USB-Ports für Geräteverbindung. Auf der anderen Seite könnte die begrenzte Zukunftssicherheit aufgrund der Unterstützung von DDR4-Rahmen für einige Nutzer ein Nachteil sein, da DDR5-Rahmen auf dem Vormarsch ist. Darüber hinaus bietet das Mainboard möglicherweise nicht die gleiche Vielfalt an High-End-Funktionen wie teurere Modelle. Das Gigabyte B760 Gaming X DDR4 ist eine solide Wahl für Nutzer, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und preisgünstigen Mainboard für ihre Intel-Prozessoren der 10. und 11. Generation sind. Mit dem Intel LGA 1700 Sockel und dem Intel B760 Chipsatz bietet es eine solide Grundlage für verschiedene PC-Anwendungen. Ein deutlicher Vorteil dieses Mainboards ist seine Unterstützung für DDR4-Rahmen, was es zu einer kosteneffizienten Option macht, da DDR4-Rahmen weit verbreitet und in verschiedenen Preisklassen erhältlich ist. Das ATX-Format bietet ausreichend Platz für Erweiterungskarten und zusätzliche Komponenten, was die Konfiguration und Anpassung des Systems erleichtert. Das Gigabyte B760 Gaming X bietet eine ordentliche Auswahl an Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten, darunter M.2-Steckplätze für schnelle Speicher und eine ausreichende Anzahl von USB-Ports für Geräteverbindung. Die robuste Bauweise des Mainboards und die hochwertigen Komponenten sorgen für eine zuverlässige Leistung. Auf der negativen Seite könnte die begrenzte Unterstützung für DDR4-Rahmen zukünftige Aufrüstung einschränken, da DDR5-Rahmen an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus bietet das Mainboard möglicherweise nicht die gleiche Vielfalt an High-End-Funktionen wie teurere Modelle, was es weniger geeignet für Enthusiasten macht. Das MSI B760 Gaming Plus WiFi ist eine interessante Option für Nutzer, die eine solide Plattform für Intel-Prozessoren der 10. und 11. Generation suchen. Mit seinen Features und Erweiterungsmöglichkeiten bietet es eine gute Balance zwischen Leistung und Funktionalität. Ein klarer Vorteil dieses Mainboards ist die Unterstützung für DDR5-Rahmen, was eine beeindruckende Leistungssteigerung im Vergleich zu DDR4-Rahmen ermöglicht. Dies ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Gaming. Die integrierte WiFi-Unterstützung gewährleistet eine bequeme drahtlose Konnektivität, während die M.2-Steckplätze schnelle Speicheroptionen bietet. Das ATX-Format des Mainboards ermöglicht ausreichend Platz für Erweiterungskarten und zusätzliche Hardware-Komponenten. Die robuste Bauweise und die hochwertige Verarbeitung versprechen eine zuverlässige Leistung. Allerdings könnte der Preis dieses Mainboards für einige Nutzer etwas hoch sein, insbesondere wenn sie ein begrenztes Budget haben. Darüber hinaus könnte die Anzahl der SATA-Anschlüsse für einige Nutzer unzureichend sein, wenn sie viele Speicherlaufwerke anschließen möchten. Das Gigabyte B760i Aorus Pro ist eine kompakte und leistungsfähige Option für Nutzer, die einen Intel LGA 1700 Sockel benötigen. Dieses Mini-ITX-Mainboard bietet eine interessante Mischung aus Features und Erweiterbarkeit. Ein großer Pluspunkt dieses Mainboards ist ein platzsparendes Mini-ITX-Format, das ideal für kompakte PC-Gehäuse ist. Trotz seiner Größe bietet es dennoch eine beeindruckende Anzahl von M.2-Steckplätzen für schnelle Speicher und verfügt über HDMI- und Displayport-Anschlüsse für vielseitige Bildschirmausgänge. Die hochwertige Verarbeitung und die robusten Komponenten versprechen eine zuverlässige Leistung. Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung für DDR4-Rahmen, der nach wie vor weit verbreitet und kostengünstig ist. Das Mainboard verfügt auch über ausreichend USB-Anschlüsse für eine breite Palette von Geräten. Allerdings könnte die begrenzte Erweiterbarkeit aufgrund des Mini-ITX-Formats für einige Nutzer ein Nachteil sein, das weniger Platz für zusätzliche Hardware-Komponenten bietet. Darüber hinaus könnte die Anzahl der SATA-Anschlüsse für Nutzer mit vielen Speicherlaufwerken möglicherweise nicht ausreichen. Diese 7 Intel B760 Mainboards decken verschiedene Nutzerbedürfnisse und Budgets ab, von Gaming-Power bis hin zu budgetfreundlichen Optionen. Bevor ihr entscheidet, denkt an eure Bedürfnisse und Prioritäten. Welche Funktionen sind euch besonders wichtig und welches Budget könnt ihr investieren? Abonniert den Kanal, um aktuelle Hardware-Reviews und Tipps zu erhalten. Bei hilfreichen Informationen lasst gerne ein Like da und kommentiert eure Gedanken. Aktiviert die Benachrichtigung, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020